Und... Moment, habe ich die richtige... Ja, okay, kann losgehen. Hm, ja. Ähm, doch, eigentlich schon. Der macht die ganze Zeit gerade 100%. Null Files remaining. Ich habe gerade auf Englisch umgeschaltet, deswegen. Vielleicht. Ich habe gerade auf Englisch. Ich habe gerade auf Englisch. Ich habe gerade auf Englisch. Ja, mein Emo ist da irgendwie begünstigt. Jo, ich war gerade dabei. Nee, ist egal. Wie? Warum sollte ich derke geben? Das ist meine, die wurde mir gedroppt. Natürlich, die wurde mir gedroppt. Nee, die hat Arthur aufgenommen. Ich habe die aufgenommen, die mir gedroppt wurde, ganz cool. Die hat Arthur aufgenommen. Also, mir wurde eine gedroppt von Markste. Kannst du oben angucken. Du kannst hier oben in Fratisaj angucken. Mir wurde eine von Markste gedroppt. Und die habe ich aufgenommen. Da stand auch Reserve für Geinbohr drauf. Ja, mir wurde so fallen gelassen oder so. Hä? ÖT? Wieso sind deine Bonds weg? Das war knapp. 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 Der Skate zeigt da. Wow, mega lecker. Wow, der Emo ist lecker gerade wie ein Scheißstück. Ja, ich laufe gerade zickzack, sozusagen. Bei mir rückelt alles. Ne, Bonds kann ich locker halten. Das Problem ist einfach nur, dass ich, wenn ich laufe, nach rechts und links springe. Ihr springt alle in der Gegend rum. Als ob ich gerade auf dem Desktop gewesen wäre, was ich allerdings nicht bin. Okay, jetzt ist es besser. 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 Naja, ich werde nicht schon... Ja, es wäre ganz nett, wenn ihr die irgendwie töten würdet. Ich meine, wäre jetzt nicht gerade das Schlimmste, wenn die Bonds... Äh, wenn hier Dingshaben ist. Wenn meine Energie low wird, beziehungsweise ich nichts mehr casten kann, aber naja trotzdem. Hm, das ist unschön. Ich sehe auch kein EOE mehr. Ich sehe auch kein EOE. 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 Ich sehe auch kein EOE.